Und willkommen zurück zu unseren EMO-Warker 2016 mit Ukraine gegen Nordirland und die Ukraine hat das letztlich viel leider verloren Ja, gegen Deutschland Dadurch braucht sie jetzt diese drei Punkte Ja, und Nordirland hat unentschieden gespielt Genau gegen die Polen und dadurch haben sie schon einen Punkt, aber die sind hungrig, ey, die wollen mehr Und das sieht man hier direkt Zack! Das sieht man direkt Die lösen sie sich nicht zu schade, ey Schön abgelegt Eine Drehung Der Keil Also, das sitzt Das wird hier schlecht, ob es geht Ich glaube, die Ukraine ist hier gleich bei Arten Naja, die Ukraine ist 1 von 4 Teams, was wir nicht selber spielen Was wir mit Ägypten nur übersetzen müssen Jo, genau, Mann Da haben wir hier einen Guni dafür Tag Du, aber 5 Verteidiger? Ich mach jetzt hinten so Ja, würde ich auch machen, wenn ich als nur hier liege hier Machen wir hier einen schnellen Einwurf Boah! Jo, wir haben hier wohl über die Schulter geschmissen! Ich muss dich gerne noch mal eine Wiederholung angucken Ich glaube, da wird keine Wiederholung vergeben Ne, ja, ich meine, wir sind ja auch so in der Aufnahme Ja, 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 ich bin ja wohl mit der Schulter getragen, ob Endeweilen Was? Ah, da sollte der noch noch inziehen Was? 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 Was war das für eine Aktion? Äh, nee Du brauchst nicht lange, um sich um die eigene Achse zu drehen Oh, der Land reicht ja ein Tor Der Guli Wir nicht so überzockt von meinem Stürmer, muss ich sagen Aber das kriege ich schon hin Den hat er aber gut weggenommen Den hat er aber schlecht angenommen Was ist jetzt? Wo hast du geschossen? Hä? Jetzt bin ich überhaupt nicht mehr durch Sehen wir da eine Wiederholung Aha, abseits Oh, du hast noch den Ball geschossen Ja, ich hab keine Ahnung Ach, der ich hatte Der hatte kein Oh Jo, meiner meldet sich auch wieder ab Also Schnellsinnig konnten hier, ja Irgendwann zum Paar Ja, bei mir auch Der hier zum Beispiel War entdeckt Weil ich richtig zugesprochen Nee Nee, Gohli Aber Treffen tun wir eine nicht Jo, hey, das Ball hängen beim Ball abnehmen Wo läuft der denn hin? Weiß er noch nicht Ich komm nicht mehr durch so richtig Nee, was macht der denn? Ich hab auch totale Verteidigung gestellt Echt? Äh, eigentlich bin ich auf totale Lange Oh, ich muss ja Tor schießen, ich muss ja gewinnen Oh, nee, der Pfeil, der Ball kam von mir auch noch Was macht mein Gohli? Geht sich Jawohl Will ich das sehen Gohli, Mann, bester Mann Ja, weiter rauskommen, wenn das ist ihm drin gewesen Ja Da springt er Da springt er Weil wer schlau ist Oder Wer sich gedacht hat Springt er mal schlau aus oder mal angst hat Weil er angst hat Wieso? Mann Ist das aber Abseits? Ah, ist das kein Abseits? Ich treffe aber das Ding nicht Irgendwann ist mal gut hier, ey Irgendwann muss das doch mal reingehen Ich kann es hier auch noch mal ein bisschen übereinstellen Ich bin hier ja oft auf einmal angerannt Run Okay, run Ja Boah Geht's ja zu Schützenverein Huch, jetzt ist er weg Zack Boah, dröhnt Kleiner Mann Wieso spielst du denn zu dem? Ich kann es verstehen, weil der Stürmer nicht gelaufen ist Aber trotzdem Wieso ist denn der Stürmer nicht gelaufen, Mann? Jetzt Ich bin hier doch die Pille wieder Ich bin hier doch mal nicht so, dass mich doch mitspielen Das heißt, ich bin hier Du hast die ganze Zeit den Ball Aber ich glaube, diesen Scheiß-Tor nicht Ja, doch, aber Naegoli kriegt den Ball über irgendeine Naegoli, sie mit Verspieler des Tages weiter Daher hätte ich ja alles Ja Naegoli will unbedingt verhindern, dass ich einen Punkt mache Ja Oder drei Ach, was war denn jetzt? Was war denn jetzt? Auf jeden Fall Aufhören damit Da muss ich ja irgendeine Bullshit pfeifen Gibt es eine Wiederholung? Na ja, also Jo Okay Ja Ich habe den zwar nicht gelenkt, aber okay Das kann man dann auch immer sagen Agil wie eine Katze Oh, war der nicht Ich habe dein scheiß Tor eingerannt Und da ging aber nichts rein Ja, sieht man es auch Ein Schuss, ein Tor Ja, Schüsse aufs Tor Sechs, ey Der Keeper hat das alles gehalten Der war einfach immer da Achso, der steht Achso Freunde bleiben Was hast du denn für Werte eigentlich hier? Ist ja eine Möcke, Krücke, man was ist er hier ist auch so eine krücke nino einen der rennen kann hier nicht so aus wenn nur einen der rennen kann leider ich würde auch erklären wieso er ist eben nicht durch geschafft hat der eine tue genutzt und dann hat er sich selber genutzt das gefällt mir also ich habe gesagt ich würde weiß das wäre wieder so eine aktion gewesen eine chance ein tor aber abgemeldet hat er sich trotzdem ja klar dass ich abgemeldet da konnte sich auch nichts machen wenn auf einmal so ein kerl vor dir steht wird stürmer 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 beklopft ja das ist auch ein paar auch 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 das ist auch nur brutal stürmer hier geht es auch mal einer mit L und schießt dahin ich weiß nicht aber mir hat es gefallen hatte viel nicht schönen Sachen das ist aber richtig feindlich die eigenen reinlaufen und die bei mir drin sind wieso bist du denn nicht gelaufen mann ich kenne deinen coach bei dem wärst du jetzt ausgewechselt worden so der der sogar weggeguckt hat der hat ja nicht nur zum Ball hingeguckt du brauchst einfach egal tja mann und damit hat er auch recht die Hühner auszuwechseln das stimmt zack schöner Ball so langsam mein Stürmer weil Stürmer ist einfach nicht der schnellste was macht denn der was macht der denn wieso flankt denn der denn hoch stürzten der die dati buch du irgendwie ein falschen auswächsisch war das so als hätte ich noch einen für die linke Außenbahn aber ich habe es nicht eingesetzt weil diese außerhalb des Kurs ja ja ich weiß dann ich habe es Jo 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 boah hier kommt keiner woher denn hier so Körgüsten und das muss es jetzt holen ich darf nicht das ist das überhaupt nicht bei Juli oder der Bekater es ist mir egal ich treffe das Tor ich habe so viel Chancen und nicht eins geht rein jetzt wird hier mal gewechselt jetzt hier den und hier bisschen schneller ich den hier noch so ein bisschen jetzt kann man das ja nichts läuft da wenn ich mir den Sturm angucke, das ist ja gut scheiß das passt, das ist ja die Arbeitsrate niedrig nach hinten das ist durchbewertet weiter gehts hier weiter gehts oh, das ist nicht ein baldmal getroffener so, das ist mein neuer hier weg 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 4 die wollen ja auch die Punkte sie gehen sie nur nicht die also die Ukraine die geht alles Affäre mit oder nicht ist das war irrelevant aber sie kämpfen um ihre drei Punkte die sie nicht kriegen wir machen jetzt hier ich war schon mit der Mixer dazwischen wahrscheinlich die Gast auf einmal hinten stehen im Haus ja klar nee musste er das von meiner ist auch wieder da kriegt ihr deswegen nicht weg nein mit Guinness ist doch frisch nein mich gehört auch tut was wir brauchen noch drei Punkte um oh wenn es rausfliegt interessiert mich ja weg rot weg jetzt schon Frustier dabei bei den Ukrainern ja 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 die Ukraine geht nach Hause null Punkte aber okay hat gekämpft aber dieser Keeper der war unüberwensbar ja naja ok dann schieben bis zum nächsten Mal Ciao